Hallo Freunde und herzlich Willkommen zurück zu einer weiteren Episode von Let's Play Marvel Avengers Alliance 2. So, die Spezialoperationen 2 gehen weiter. Ich gucke nochmal ganz schnell hier bei den Briefen rein. Thunder Nerd und Shadow Specter haben unsere Helden eingesetzt. Dafür gibt es ein bisschen Silber, das finde ich super klasse. Und dann machen wir direkt weiter bei den Spezialoperationen Mission 3, denn ihr seht es, wir haben nur noch 4 Tage Zeit ungefähr, um das hier zu schaffen. Das hier ist eine neue Aufnahmesession. Bei den letzten war ich ein bisschen durcheinander, weil ich schon zu viel aufgenommen hatte. Ich hatte Final Fantasy 9 aufgenommen, ich hatte Star Wars Cotor 2 aufgenommen, ich hatte Avengers Alliance vorher schon grundsätzlich eine Folge aufgenommen in Überlänge. Und dann kamen eben noch die ganzen Spezialoperationen dazu. Jetzt geht es ganz normal weiter, ein frischer neuer Tag mit den Spezialoperationen. Gucken wir mal, was es damit auf sich hat. Wenn wir Cap und seine Mann weiter durch die Wälder jagen, gibt das Ärger und Verletzte. Setzen Sie jemanden ein, der sich die Hände schmutzig macht, um diesen Kampf schnell und leise hinter sich zu bringen. Ich denke an jemanden mit einer fragwürdigen Vergangenheit. So, haben wir einen Charakter mit einer fragwürdigen Vergangenheit bei uns? Leider brauchen wir die anderen zum Einsatz, also schicken wir einfach mal diese Spider-Woman los und starten dann den Kampf gegen Spider-Man. So, eingeschränkte Helden, wir dürfen leider hier manche Helden nicht mitnehmen. Ich habe ja zwischendurch noch was anderes aufgenommen, deswegen hat es sich eben so ergeben. Wir nehmen einfach mal so und dann so und die beiden müssen wir wegmachen, leider. Nehmen dafür mal diese Black Widow mit und hier Vision. So, das Team lassen wir erstmal so. Ich würde sagen, wir tauschen hier Luke Cage wieder rein und hier lassen wir einfach mal, nein, sondern diese Black Widow. Wobei, er ist stark gegen sie, wisst ihr was? Wir nehmen einfach mal, so, diese Black Widow mit. Also hier, das ist das Team, das ich momentan noch im PvP benutze. Hier wäre eigentlich der Devil, hier nehmen wir jetzt einfach mal den guten Hawkeye. Auf geht's! Auf geht's! So, dann wollen wir doch mal schauen. Äh, ja gut, am Anfang können sie sich eben nicht verstecken, das finde ich super. Wir greifen mal an auf alle. Und A ist zuerst dran, greift Hawkeye an, vermöbelt ihn fast sogar komplett. Und wir ziehen mal den Schaden von B auf uns, indem wir A angreifen. Jupp, das darf er ruhig machen. Und Black Widow zeigt ihm gleich mal den Wippenstachel. Und ihr seht, ähm, was für einen grandiosen Schaden das angerichtet hat. Ich wechsle auch mal hier Hawkeye aus, doch wieder auf diese Black Widow. Mir fällt gerade ein, ich habe Vision, glaube ich, gar nicht, ähm, gar nicht ausgerüstet in irgendeiner Weise. Aber ist auch egal, wir schaffen das auch so. Ich habe auch hier neue Sachen angelegt, glaube ich. Wir haben das Neues gelernt. Sprungtritt, ähm, das ist Thema, glaube ich. So, dann wollen wir doch mal. Und zwar Ballerina auf alle Gegner. Zwei sind gestorben, einer hat überlebt. Das ist eine gute Bilanz. Für uns natürlich. Und dann machen wir wieder Witwenstachel. Wir sind gestärkt, das ist sehr gut. So will ich das haben. Und dann machen wir mal, ähm, auf A. Situationsbewusstsein. Weit geöffnet, das ist gut. Und den hauen wir mal richtig auf den Socken. Mit Esklima-Expertise. Und wir sind opportunistisch, wir sind wieder dran. Leider können wir nur unsere nächste Aktion schnell machen. Und nutzen das mal für einen Sprungtritt in sein Gesicht. Leider hat er das überlebt. Greift dafür wahrscheinlich, oh, der greift sogar alle an. Na gut, dann gehen wir aber mal in den Konter-Modus mit Luke Cage. Greift mich an. Während unsere Black Widow den Rest erledigt. Da kann er noch so effektiv sein gegen sie. Das ist uns völlig egal. Ich habe ja in der letzten Episode, da ist Spidey. Ich habe ja in der letzten Episode gar nicht daran gedacht. Was treibst du da, Junge? Das ist nicht richtig. Was wir tun, äh, was wir tun. Die Art, wie wir es tun. Äh, ähm, was wir tun. Die Art, wie wir es tun. Es ist falsch, hinter Winter Soldiers Gehirnwäsche, ähm, Winter Soldiers Gehirnwäsche auszunutzen. Ihn bei Sichtkontakt zu töten. Sollten wir nicht die Helden sein? Und jetzt schalten wir auf brutale Weise Hulk aus und denken uns nichts dabei. Woher wissen wir überhaupt, dass Cap falsch liegt? Hm? Das hat bisher noch keiner erklärt. Ich werde nicht Teil einer Jagd auf ein paar Helden sein. Nun, ich muss meine, ähm, ich, ich meine, außer jetzt gerade. Ich werde sie finden und mich ihnen anschließen. Aber das ist eine ganz andere Art von Jagd. Spider-Man ist abtründig geworden. An alle, an alle Einheiten behandelt ihn wie einen gegnerischen Kämpfer. Äh, okay. Seht ihr? Ihr fallt einem sofort in den Rücken. Dieses Team stinkt. Äh, ja, da hat er recht. So, wir machen mal ganz kurz hier, äh, Situationsbewusstsein. Auf diese Weise richten wir mehr Schaden an. Kriegen gleich mal einen kostenlosen Angriff. Sehr schön. Gegner ist verprügelt. Das ist gut. Dann machen wir mal exklusive Disks. Mehr können wir auch an der Stelle nicht tun. Und, äh, dann machen wir Ballerina auf alle. So, der hat es leider überlebt. Der fängt sich am höchsten sein Konter ein, wenn er uns angreift. Wir machen mal Straßenweisheiten auf Spidey. Und der ist ausgewichtigt. Das ist ja unglaublich. Aber es ist ein Gleichgewicht. Das heißt, er kriegt 75% mehr Schaden durch kostenlose Angriffe. Perfekt. So, den Rest erledigt. Black Widow. Zum einen vermöbeln wir Spidey. Mit Escriva Expertise. Und das gleiche machen wir auch, äh, äh, mit dem da. Wenn er dann irgendwann mal... Na gut, er wollte sich halt eine von Luke Cage einfangen. Perfekt. Wir haben ein paar Isos bekommen. Nicht wirklich der Rede wert. Alle zufrieden? Wir haben soeben Spidey ausgeschaltet. Mir ist bewusst, dass das unangenehm war. Aber es war entweder jetzt, äh, in einer mehr oder weniger... Ähm, achso, es war... Entweder jetzt in einer mehr oder weniger von uns kontrollierten Umgebung. Oder später in einem Kampf mit Caps Team und einem weiteren Superhelden auf ihrer Seite. Äh, ja, das stimmt. Das reicht jetzt. Ich werde nicht länger zusehen, wie sich die Beschützer dieser Welt gegenseitig eliminieren. Also ihr seht, Spidey Vision mussten wir auch, ähm, als Cap bekämpfen. Aber jetzt eben auch als Iron Man. Also die sind eben neutral. Iron Man ist... Ähm, es ist Zeit, Captain Rogers einen Waffenstillstand anzubieten. Ihr zwei müsst euren Streit sofort beilegen. Mit Worten, nicht mit Fäusten. Danke für deine Ansichten, Vision. Aber die Zeit für Worte ist vorbei. Ich habe bereits genug Beweise dafür gesehen, wie weit Cap bereit, ähm, bereit zu gehen war. Um seinen Freund zu beschützen. Keiner kann sagen, was er tun wird, um seine fehlgeleitete Mission zu beenden. Der Mann denkt nicht rational. Also bringt es nichts, äh, bringt es nichts, eine rationale Diskussion mit ihm zu führen. Es wäre höchstens ein Risiko, in einen Hinterhalt zu geraten, wenn wir unsere Verteidigung vernachlässigen, um mit ihm zu reden. Das glaube ich persönlich ja nicht. Ich halte Steve ja für sehr rational. Aber gut. Das ist eben Tony Stark. Wir kämpfen dafür gegen Vision. Aber nein, bevor wir gegen Vision kämpfen, und das machen wir sowieso nicht in dieser Episode, und wir dürfen Vision auch nicht mehr mitnehmen, gehen wir mal kurz auf die Startseite. Und, ähm, haben hier noch mal einen Brief, den möchte ich auch mal gerne nachschauen. Okay, hier, Commander Spidey. Sehr schön. Und, ähm, wo ich eigentlich hin wollte, war natürlich bei der Aufgaben gucken. Die sind nämlich, ähm, spezialoperationsspezifisch. Und deswegen gucken wir uns die mal an. So, hier, da haben wir nämlich was geschafft. Und das ist toll. Wir haben 24 Spähmarken bekommen. Erkundungsmarken. Und als nächstes sollen wir hier wende mentale Debuffs bei Iron Man Rüstung in Spezialoperation 2 Mission 2 an. Das werden wir tun, aber wenn wir hier durch sind. Mentale Debuffs. Ähm, bin ich mal gespannt, wie wir das hinkriegen. Ich weiß gar nicht so genau, wer von uns das kann. Aber wir haben da bestimmt ein paar Leute, die das gut können. Also, lasst mir einen Daumen nach oben da. Wenn euch diese Episode gefallen hat. Wenn nicht, schreibt mir konstruktive Kritik. Dann mache ich alles besser. Und in der nächsten Episode stellen wir uns Vision. Also, vielen Dank. Und hoffentlich bis dann. Tschüss. Tschüss.